Musik Ein perfektes Immunsystem beherrscht Angriff und Toleranz. Es ist gut, dass wir Birkenpollen vertragen, es ist gut, dass wir Milcheiweiß vertragen, es ist gut, Nüsse, Weizen und so weiter, dass wir das eigentlich vertragen haben und dass das heutzutage nicht mehr so ist, sehen wir ja leider. Das sind alles Einflussfaktoren auf unser Immunsystem, also im Prinzip finden wir da unsere gesamte Umwelt wieder. Metalle, Schwermetalle, toxische Metalle, Kunststoffe, Bakterien, Viren, Parasiten, Pilze, Biozide, also Insektizide, Pestizide, Flammschutzmittel, elektromagnetische Felder, darüber haben wir gehört. Natürlich auch der normale psychische Stress, der aber oft das Fass nur zum Überlaufen bringt. Die Ernährung, über die wir viel gehört haben, ganz wichtig für das Immunsystem. Aber auch Merkaptane und Thioeter, die Giftstoffe aus den Wurzelkanal gefüllten Zähnen, das alles macht was in uns, macht eine Reaktion im System und natürlich auch mit unserem Immunsystem. Und das kann es aktivieren, das Immunsystem, es kann zu einer chronischen Immunaktivierung kommen und zu einer Stummentzündung, zur sogenannten Silent Inflammation. Akute Infektionen kennen wir alle, die können wir im Labor auch messen, CRP, Blutsenkung, Leukozyten, aber nach chronischen Entzündungsparametern wird in der normalen Medizin leider nicht geguckt, was wir aber tun könnten. Die Labore können das alles. Und wie gesagt, irgendwann läuft das Fass über mit den ganzen Umweltfaktoren vor allem. Der Stress ist oft, wie gesagt, der letzte Tropfen. Und dann kommt es eben zu den Erkrankungen, wo die Medizin sagt, ja, die Ursachen wissen wir nicht. Es steht zwar immer Umweltschadstoffe, aber da wird gar nicht drauf eingegangen, dann wird immer viel über die Genetik gesagt, aber im Prinzip ist vieles unbekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017